So, jetzt geht's los, die Sommer-Kajak-Tour, den Bodensee zuerst von Linder aus und dann in den Rhein rein. Dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Schauen wir mal, wie's läuft. Da ist man wirklich kaum zu glauben, wo ich gesehen habe, der Augsburg-Provinzbahnhof hat einen Aufzug. So was habe ich echt nicht erwartet. Vielen Dank. So was habe ich nicht erwartet. So was habe ich nicht erwartet. So was habe ich nicht erwartet. Vielen Dank. So, jetzt sind wir aus dem Hafen draußen, es ist ganz schön wellig, aber eigentlich Glück, Seitenwind, nicht frontal gegen den Wind. Das glaube ich, wird ganz gut gehen. Und auf dem Bodensee ist echt gut was los. So, jetzt sind wir aus dem Boden. So, hier können wir uns eigentlich gut abkürzen, aber noch sind wir gut drauf. Ich fahre natürlich die Bucht aus. So, da haben wir ein paar Haubentaucher. Genau, die sind die Bote gewöhnt, die tauchen nicht ab. So, jetzt sind wir aus dem Bodensee. So, jetzt nehmen wir aus dem Bodensee. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Bucht hier, die spare ich mir jetzt, das Innenbadestrand und ziehe jetzt da hier auf die Kirche. Jetzt wollen wir da einen Reuten, da einen Cappuccino kriegen. Ich glaube, das schaut da ganz gut aus, der erste Cappuccino auf der Tour. Auf geht's! Ja, das war jetzt irgendein Kunstwerk. Würden wir sagen, das Frack, oder? Ja, das war jetzt. Ja, das war jetzt. Ja, das war jetzt irgendein Kunstwerk. Ja, das war jetzt irgendein Kunstwerk. Ja, das war jetzt irgendein Kunstwerk. Das ist so. Wir sind die YouTube-Store. Ja, das war jetzt irgendein Kunstwerk. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hier ist es schon richtig schön gemütlich. Ein richtig schöner Stangenwald. So, angelandet. Und jetzt gehen wir uns da unser Früh-Cappuccino holen. Schauen wir mal, wie virusresistenzsicher sind. Aber hier will keiner meine Telefonnummer dagegen, ist echt traurig. Richtig depressiv. So, es wird Cappuccino gestärkt und weiter geht es dem Sturm entgegen. Und dann sieht es so aus, jetzt hat man Pessimisten-App recht gehabt, das sieht sehr nach Regen aus. Aber macht nichts unverdrossen weiter. Attacke. Die Hafenausfahrt. So, und da sieht man schon, draußen hat es immer noch gute Wellen. Hier war es auch schon wie ein Kuhschwanz. So, und auf geht es in die Wellen. Die Hafenausfahrt. Cornenstmund und bis zum modernenonaischen Nach Mit der Welt hatte ich nichts geändert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hier scheint ein Fluss reinzugehen oder auch nur ein Hafen, keine Ahnung, aber das geht nicht erforschen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Regenfront ist vorbeigezogen, jetzt können wir ihn aus dem Hafen wieder verabschieden und weiterfahren. Aber wie man sieht, der Wellengang hat sich nicht sonderlich geändert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich muss ein bisschen weiter raus. Ja, ein bisschen heftig, die Kirche. Da kommen die Wellen von der Mauer wieder zurück. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist eine richtig große Kolonie von den schwarzen Vögeln Die Bäume, die hinten waren auch ganz voll Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ab hier haben wir das Gebiet geschützt, weil hier geht eine Boeing-Kette raus, ich nehme an, das heißt hier nicht fahren, nehme ich mal an. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der Campingplatz Friedrichshafen nimmt leider keine Zelte auf, bloß Wohnmobile und Wohnwegen. Und auch Wohnwegen nur dann, wenn sie eine eigene Toilette haben. Ansonsten nicht. Tja, jetzt sage ich beim nächsten Anruf, Fischbach. Da geht keiner ran. Der hat vermutlich ganz geschlossen. Jetzt muss ich mal doch was zum Wildcamping suchen scheinbar. Es hilft nichts. Aber ich bin gut erholt. Für die Information habe ich jetzt eine halbe Stunde gedauert. Wann sei vor mir und die Frau war äußerst langsam. Sehr langsam. Naja, jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Sie hat doch gedacht, das wäre ein Sprungturm. Aber das ist ein Aussichtsturm. Kein Sprungturm. Ja, schade. Ich habe schon gedacht. Man könnte da vielleicht innen drin übernachten, aber da ist gut abgesperrt. Weil am nächsten Campingplatz geht keiner ran. Also, da wird schon gar nicht mehr existieren, der Campingplatz. Und dann darf man nicht drauf, was mit Campingzelt. In Friedrichshafen wollen sie kein Geld von Pankys, die mit dem Zelt unterwegs sind. Da darf man auch kein Geld ausgeben, da in der Stadt drin. Da ist man einfach unerwünscht. Kann man nichts machen. Okay, noch drei Kilometer bis zum Campingplatz Fischbach. Und die beim Ruderclub haben gemeint, der hat offen. Auch wenn da keiner telefonen geht. Noch drei Kilometer. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Man hätte vielleicht doch rechtzeitig das Paradeggans zumachen sollen. Keine Wunder, dass kein Wasser mehr im Bodensee drin war. Schauen wir mal, ob es ein Schwanhasser ist, der Biber. Nein, scheinen wir nicht. Heute ist der dritte Tag. Heute geht es vom Campingplatz Schiffle aus, weiter dem Bodensee entlang. Schauen wir mal, wie der Tag wird. Also diesmal soll das Wetter super sein. Kein Regen und der Wind hält sich momentan auch noch in Grenzen. Ich weiß nicht, ob man es sieht, da sind Bäume drin. Da hat es hier eine fette Komorankolonie. Okay, die Bucht gehe ich dann doch mal abkürzen. Und fahre da gleich zu der Ortschaft dahin. Schade. Schaut auch verlockend aus, aber wie es so ausschaut, hat es noch geschlossen. Vielleicht gibt es den nächsten Hafen Cappuccino für mich. Hier nicht. Da habe ich eine Schwanenfamilie. Heute sind gleich wieder viel mehr Motorboote los. Die haben sich gestern alle nicht rausgetraut bei dem Seegang. Da hat einer seine kleine Privatstrandburg gebaut. Oder Eipsel. Da war schon die ganze Zeit, dass der Zeppelin seine Aufwartung macht. So, das schaut gut nach dem Cappuccino aus. Und gleich daneben ist ein Anlegesteg. Ja, hervorragend. Ich hoffe, es sieht gut aus. Da komme ich hier ran, oder? Sind es Treppen? Naja, schauen wir mal. Doch, ich glaube, das ist eine Rampe. Nichts wie hin. So kann man sich irren. Das ist keine schöne Rampe. Aber auf jeden Fall wäre schon möglich. Aber wir sind ja faul. Da kann man schön raus. So, wieder drin im Boot. Und am Hafen soll sich eine Bäckerei geben und auch eine Slipanlage. Da gehen wir noch ein bisschen was einkaufen. So, die Metzgerei geplündert und weiter geht's. So, die Metzgerei geplündert und weiter geht's. So, jetzt kommen dann gleich die Wellen von dem Schiff. Die sind richtig auffällig, weil die See ruhig ist. Das war's jetzt aber auch schon. Mehr kommt dann nicht mehr. Das war's jetzt. Sag's, das ist ja so. Wie ist es, wie fühlt sich noch ein paar Mal? Geht es für dich? Ja, der ist ja so. Und das war's jetzt. Und das war's jetzt. Das war's jetzt immer noch. Und dann muss ja schon. Und dann morgens, das war's jetzt ja so. Und dann, vielleicht schief ich etwas. So, jetzt bin ja schon. Ich bin ja PO. So, wie zu erwarten, haben wir in den Turm nicht reingedurft. Nur für Hotelgäste. Das wusste ich welches. Leider war ich gerade fertig mit dem Putzen. Sonst ist es eine Minute vorher und ich hätte hochgedurft in den Turm. Oops. Ich habe die Anstrengung auf die Kreis. Nach der anstrengenden Exkursion in den Berglauf habe ich wieder ein Cappuccino verdient. So, ich darf mal das Wort Corona in den Mund nehmen, eigentlich sollte ich die Tour so machen, überall die Corona-Regeln beurteilen, weil es am Boden sieht echt in jeder Ortschaft total anders von Hilfe, Corona und was bitte ist Corona. Also da stehen echte Wettbewerbsnachteile, das ist echt sagenhaft. Ja! Ja! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich gehe nicht queren. Oh, es ist mir unscharf. Ich habe mich entschieden, den Arm da auszufahren. Ich würde mich ewig ärgern, wenn ich es da queren würde. Nee, also, auch wenn es wehtut, nicht eine Abkürzung zu nehmen. Aber ich fahre da ganz hinten rein. Ich bin jetzt hier auf irgendein Privatgrundstück. Aber ich steige ihn nicht aus, aber ich mache es ein kleines Schläfchen im Boot. Hier habe ich ein bisschen Halbschatten. Ich werde schon gerade keine eigenen Positionsspringer unterwegs sein, aber macht nichts. Ich habe mich entschieden, zu unruhig vom Wellengang hier. Das hat keinen Taug. Da finde ich noch etwas Besseres. Hier habe ich so einen schönen Standplatz gefunden. Zuerst bin ich nur hochgefahren. Da bin ich dann bloß geweckt worden, von Wellen, die mich quergestellt haben. Da habe ich dann doch etwas hochschieben müssen. Jetzt habe ich noch etwas gegessen. Jetzt bin ich fit für den Nachmittagsangriff. Auf geht's zu neuen Tarten. Die Pausetate ist echt gut. Jetzt geht wieder was. Das sind die berühmten Pfahlbauten bei Utting. In den frühen Siedlungsgeschichten vom Bodensee haben wir die Häuser auf Pfähle errichtet. Also sind es keine Originalhäuser natürlich, sondern eine Rekonstruktion von so einer antiken Siedlung. Es ist echt dumm, dass ich vorher schon Pause gemacht habe. Können wir sich das noch anschauen, aber ich habe gerade Pause gemacht. Da habe ich nicht wirklich Bock, wieder auszusteigen. Vor allem, wenn man es eigentlich wieder richtig fit fühlt. Naja, die lassen wir jetzt. Wir haben mich eh schon mal mit dem Fahrrad angeguckt. Lang ist her. Und noch einmal mit der Schule sogar. Nee, auf geht's. Dahinter. Da ist noch eine schöne Kirche. Dann haben wir geguckt, was das eigentlich ist für eine Kirche. Und dann schauen wir mal, wie weit wir da heute noch hinterkommen. Von dem Ufer hier muss man eben lang Abstand halten. Da ist hier schon das Warnschild. Aber natürlich, so Bordpaddler interessiert das überhaupt nicht. Dann sind wir halt so brav und fahren da außen rum. Da kürzt man eh die Bucht ab. Gar nicht mal so schlecht. Wenn ich dazu gezwungen werde. Ich habe mich schon gewundert, warum es so gut geht. Hier ist der Beweis, Rückenwind. Ein ganz neues Phänomen. Vielen Dank. Also vielen Dank. An diesen abfallenden Felsen habe ich schon mal eine Fahrradtour vorbei. Da habe ich in der Bodensee-Gegend erstmal warm gefahren für das Gebirge, für das Passfahren. An der Felswand hat man Nistkästen angebracht. Hm, beschweigen wir doch keine Ahnung. Wenn man Experten fragen, welche Nistkästen das sind. Du hast die Schleimhäste, die wir auch nicht verracht haben. An der Felswand wird stark und schreit und schreit. Du hast die Schleimhäste, die wir auch nicht verraten. Der Felswand hat die Schleimhäste, die wir auch nicht verraten. Klar, das Ende vom See. Wir haben 19 Uhr. Aber da hat er einen Campingplatz, der hat offen und er nimmt auch Zelte auf. Okay Leute, zum Angriff. Attacke. Hoffentlich bleibt der Wind mir holt. Vielen Dank. Vielen Dank. Das habe ich aber ganz vergessen. Heute ist der vierte Tag. Jetzt geht er wieder aus der Bucht raus. Vielleicht kann ich mir noch die Insel anschauen, die Mainau. Vorher ist eigentlich eine Schlucht, aber die ist gesperrt. Kann man leider nicht anschauen. Die eigene Burg ist arg weit weg. Das geht leider auch nicht. Okay, aber jetzt geht es los. Da oben haben wir die Burgruine. So weit oben ist es auch nicht, wie es am Plan ausgeschaut hat. Aber jetzt bin ich erst gerade gestartet. Also jetzt sagt er doch hoch. Nee, das mache ich dann doch nicht. Nee, nee. Jetzt will ich los. Aber eh schon Verspätung, weil ich mich noch ewig lang unterhalten habe. Nee, nee. Auf geht's. Leider habe ich jetzt keinen Rückenwind. Aber nur eine leichte Gegend, das macht nichts. Eigentlich ist es erstaunlich, dass man diese beiden Arme vom Bodensee nicht mit dem Kanal verbunden hat. Nicht, weil man es braucht, sondern weil man es könnte. Könnte man eine schöne Rundfahrt machen. Was spricht dagegen? Das ist ein Rundfahrt, das ist ein Rundfahrt, das ist ein Rundfahrt. Vielen Dank. Vielen Dank. Oben auf dem Berg habe ich vorhin eine Ruine gesehen, da ist ein Landesteg. Schauen wir mal, ob man da hinkommt zur Ruine. Ich darf jetzt zur Marienflucht gehen, aber die ist gerade gesperrt, aber der Weg zur Burg ist scheinbar frei. Aber was ist denn da, da, Ruine Kaegg. So, weiter, bis hier geht es dann eh nicht, haben doch mal versucht, diesen Blick reinwerfen und es sieht nicht so aus, als wäre die erst seit gestern geschlossen. Die Stufen sind schon teilweise ziemlich angemodert, aber sagen wir mal so, Bodensee braucht solche Attraktionen eigentlich wirklich nicht, die sind reich genug. Da muss man wohl auch nichts machen. Ach ja, und ja, und Nachtrag, der Weg zur Burg geht leider auch nur über die Klamm. Da gibt scheinbar sonst kein anderes hinkommen. Der Wegweiser hat da getäuscht. Und das war wohl hier früher das Kassenhäuschen zur Klamm. Wie man sieht, hier ist schon echt lang nichts mehr los. Aber dafür hat es hier einen Stollen. Schauen wir mal, ob man da rein kann. Das wäre eine kleine Entschädigung. Ups, die geht sogar auf. Okay, da hast du nur gerümpelt. Und weit geht er nicht rein. Das sieht man jetzt hier gar nicht so. Aber das sind insgesamt vielleicht fünf Meter und das war's. So, jetzt liege ich hier nicht vor Madagaskar, aber ich liege hier vor der Insel Mainau. Schauen wir mal, wo wir da irgendwie dann hinkommen. Keine Ahnung, wo der Eintritt zahlen muss. Wenn man da vorne ist, dass man nur ein Strand bahrt. Irgendwo auf der anderen Seite wohl. So, jetzt hat sich mein Wetter im Winter ganz schön geändert. Jetzt kriege ich eine steife Brise rechts von der Seite. So, jetzt kommt es wieder auf der Seite. So, jetzt kommt es wieder auf der Seite. Vor dem Wunsch der Vater des Gedankens, da vorne ist erst die Maino. So, jetzt habe ich hier in der Boje festgemacht gehabt und habe es hier ein bisschen wieder gemacht, noch ein kleines Schläfchen gemacht und jetzt geht es weiter. Aber ich fahre nicht da bis in die Halbinsel rein, jetzt gehe ich die Insel Mainau da abkürzen. Okay, ich sehe gerade, man könnte diesen Damm da scheinbar unterfahren, würde gehen. Naja, aber dann, ich gehe hier quer, ich will wenigstens auf einer Seite von der Insel Mainau vorbei fahren. Also, gehen wir das da quer an. Aber, dass man irgendwie eine Kajake anlegen könnte? Fehlanzeige. Da haben sie auch nicht dran gedacht. Na, da im Eck könnte man anlanden, aber wir sind davon zwei Meter hohen Mauer, oder fast drei Meter hohen Mauer. Geht nix. So, ganz in der Ferne. Da hat es sich. So, ganz in der Ferne. Da hat es sich. So, ganz in der Ferne. Da hat es sich. Verbindungsstraße ist ja eigentlich schon mau. Aber da fahren wir jetzt nicht hin. Jetzt gehen wir da hier queren. So, ganz in der Ferne. Das wohl mit Küken. So, ganz in der Ferne. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt bin ich jetzt genau am Spitz. Das ist jetzt der Spitz und jetzt geht es dem Rhein entgegen, natürlich vorher noch in den unteren See. Dann hat es einen Haufen Kormorane auf Fischfang. Das ist der erste Blick auf Konstanz. Das ist der erste Mal. 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 Und hier ist so vor der Brücke. Da nimmt man schon deutlich eine Strömung wahr, der das förmlich reinzieht. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Bis zum nächsten Mal. Hier erscheint es Bibel zu geben, weil dieser Baum ist super gut gegen Biberangriffe geschützt. So, das kann ich euch vorstellen, meine Charterboote. So, da ist ein Junge drauf, der Haubentaucher. So, da ist ein Junge drauf. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, ausnahmsweise. Aber wo sind 100 Meter? Da haben wir wieder eine Kormoran-Kolonie. Wenn ihr mal so seht, aber der Baum ist schwarz, so ein Kormoran. Da sieht man so ein paar. Da hast du schon eine Kormoran-Kolonie. Okay, die ganze Bucht hier, die ist abgesperrt. Da darf ich nicht rein. Da geht es dann hier lang zu dem Boot. Nehmen wir an, wer das Bewachungsboot hat, darf er nicht reinfährt. Ja, und ihr seht, er ist hier gesteckt voll mit Schwänen. Das war vorher eine geschlossene Kolonie. Aber dann sind wir vorher die Stand-Up-Patter durchgefahren. Okay, die haben jetzt den Weg freigeräumt. Ja, das hast du gerade beim Film reingetrieben. Bin gleich draußen. Ciao. 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 Vielen Dank. Jetzt liege ich hier vor der Reichenau. Da hast du den Kanal durch und von da gehst du in den unteren See rein. Jetzt gehst du in den Kanal und da reiche ich in Reichenau rein. Bis zum nächsten Mal. 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 So, das ist die Rückansicht von der Reichenau. So, das ist der untere See. Okay, aber was soll's. Das geht mir jetzt, ich fahr den See aus. Bis zum nächsten Mal. 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 Heute ist der sechste Tag der Kajak-Tour. Heute müsste man normalerweise leise endgültig den Bodensee verlassen. Jetzt noch den unteren See ausfahren. Wie man sieht im Vergleich zu gestern Abend ist der Seespiegel glatt. Okay, ach ja, heute Abend noch schauen, ob wir das mal rechtlich dicht machen. Da erdreißt es sich doch glatt, ein ehemaliger komischer Wirbelsturm einzudringen. Das könnte ungemütlich werden. So, drin im Boot ein zuversichteter Reichenau. Das ist der Reichenau. So eine Insel im Rhein. Mit der Kirche drauf. Jetzt geht es erstmal ganz dahinter. Aber heute geht es schön, noch alle schön glatt. Insel mit Küchen. Ein riesengroßes Degelboothafen. Insel mit Küchen. Vielen Dank. So, in Allermannshofen, wieder mit Cappuccino gestärkt und ein bisschen eingekauft und auf geht's. So, da vorne sehen wir schon den Eingang zur ersten Bucht. Das ist die kleine von beiden und natürlich fahren wir da rein. Jetzt sind wir hier genau gegenüber, wo es dann in den Rhein reingeht. Aber wie gesagt, jetzt machen wir hier erstmal die beiden Buchten. Dann zweite Bucht, erste Bucht, in die ich jetzt reinfahre. So, diese Mauer hier, die ist von weit her schon sichtbar. So, vor allem den Zweck, den er eigentlich hat. So, schön schaut es nicht aus. So, das ist jetzt auch so eine kleine Seitenbucht. Aber die gehen wir jetzt auch abkürzen. Dann ziehen wir auf das Eck da. Da hat ein Vogelbeobachtungsturm. Allmählich beginnt der Wind ganz schön aufzufrischen. Das wird dann interessant wie der zweiten Bucht, die noch größer ist. Okay, aber... Um die Uhr geben, da bin ich gleich wieder im Schiff drin. So, das sieht so aus. Ihr seid der hintere Teil von der Bucht abgesperrt. Ups. Da hat so eine Bojenkette drin. Ich werde schon an der Seite zum Hafen dürfen, aber... Das tun wir dann doch nicht an. Das geht auf die andere Seite rüber. Zurück ist natürlich super leicht. Aber wenn ich mir jetzt dann die zweite Bucht noch antue, gehen wir auf einem anderen Blatt. Aber bis es die Tour kommt, es dauert ein bisschen. Um jetzt auf die andere Seite zu kommen, eigenermaßen wirtschaftlich, habe ich fast die ganze Bucht gebraucht. Okay, ich habe mich auch mal kurz mit dem Stand-Up-Paddle unterhalten. Und schwupps, hat mich, glaube ich, fast 300 Meter versetzt. Da gehe ich jetzt mal kurz verschen auf. Ich muss schon sagen, der Bucht hat ein ganz schönes Lüftchen. Wir fahren ein bisschen rein und gehen dann queren. Und wo auch ich übergeben, dass er sich bis der Rhein-Schnau auf einmal zurückweht. Wenn ich versuche, die Issel davon zu erreichen und dann queren, dann habe ich ein bisschen Luft dann nach hinten. Keine Chance, die Issel zu erreichen, wenn ich versuche zu queren, dann hoffe ich, dass ich es bis auf die rechte Seite von der Rhein-Schnau schaue. Dann hoffe ich, dass das vielleicht der Rheinstrom einsetzt, dass es vielleicht funktioniert, da in den Rhein reinzukommen. Schauen wir mal, ob der Plan funktioniert. Wo das heißt, bläst mich halt wieder zum Campingplatz zurück. Darin muss ich jetzt rechnen. So gut, dass ich gut was gegessen habe vorher und getrunken habe, weil jetzt heißt es durchziehen. Oder man ist wieder zurück am Campingplatz. Und das bin ich nicht gerade unbedingt. Wäre schon peinlich, wenn ich da wieder auftauche. Ich kann ja nur hoffen, dass die Rheinströmung dann hinten stärker ist als der Gegenwind. Nur gut, dass ich seit dem Weichen sie weiß, was die Sie-Wave an Seitenwellen aushält. Da hält sie ganz gut was aus. Ich hätt's mal so genau in der Mitte, da werde ich es ganz schön was abträgen. Ich kann meine Lanzmarke nach vorne halten und an der Rheinströmung komme ich auch langsam vorbei. Die Marke, die ich mir da an der Seite gesetzt habe, ist schon hinter mir. Die Marke, die ich mir da an der Seite gesetzt habe. Vielen Dank. Auf geht's. Ein neuer Tag. Schauen wir mal, ob wir heute den Rheinfall erreichen. Heute ist ja 10 Uhr. Aber es ist ja früher noch gut geregnet. Da habe ich erst mal den Regen abgewartet. Vielleicht etwas arg lang, weil ich bin dann wieder eingeschlafen. Okay, auf geht's. So, wieder drin im Boot. Doch, gut abgekühlt durch den Regen. Und es hat ganz schön gekleistert. Sozusagen der Volkswagen. Der stand aufrecht. Naja, und er war randvoll mit Wasser. Ja. Danke. 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 Das ist richtig ungewohnt, Rückenwind. Das geht richtig von alleine. Keine Ahnung, ob man sogar schon Strömung einsetzt, aber momentan geht es richtig gut von alleine. Vielen Dank. 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 Das hier ist eine kleine Renaturisierungsmaßnahme. Betreten verboten. Vielen Dank. 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 Ich komme gleich nochmal von der Seite. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war schon wieder. Das ist ja richtig unheimlich wie schnell das geht. Und wenn man irgendwas machen muss, ratzfatz konnte man da vorwärts. Und wenn wir ein bisschen Obacht geben, hier schauen einfach Steine raus. Wo denn los? Schlaf wieder grad zu schön. Ja. Das Gebäude erinnere ich mich noch, wo ich Fahrrad unterwegs war. Da war es ein bisschen schwierig, den richtigen Weg zu finden. Ich habe gesagt, ich wollte nicht einsehen, dass ich so weit weg vom Rhein muss wieder. Und da wo jetzt die beiden Personen sind, da habe ich damals auch Gast gemacht. Mein Fahrrad. Und ich weiß noch, wie ich da hier die Strömung gesehen habe bei dem Pfosten, habe ich mir richtig Gedanken gemacht, wie groß die Gefahr ist, dass man da über den Rheinfall drüber spült. Ich habe damals natürlich keine Ahnung gehabt, dass da vorher noch mal ein Wehr kommt. Damals habe ich noch gar nicht ans Kajakfahren gedacht. Ah, das ist gerade praktisch. Jetzt, wo ich gerade filme, kommt mir das große Schiff entgegen. Wie gestellt. Aber jetzt schaue ich dann auch, wie ich den Platz mache. Das ist auch ganz schön zu kämpfen, dass es darauf kommt. Wie gesagt. Wie gesagt. Ich gehe mal hier quer. Das sieht da drüben einen schönen schweizerischen Cappuccino aus. Schauen wir mal, ob es richtig ausguckt. Das könnte mir eine Täuschung sein. Auf jeden Fall kannst du was zum Anlegen. Gucken wir mal. Jetzt gehen wir mal da queren. Das sieht nach einem schweizerischen Cappuccino aus. Schauen wir mal. Okay, das lassen wir mal crashig. Mindestens ein Hochzeit, wenn nicht sogar zwei. Im Wald versteckt sich hier ein ganz schönes Dunkelheit. Wenn man nochmal da links, vielleicht verbirgt sich da ein Campingplatz. Ein Haufen Zelte. Aus Kirmus, laut Google Maps, hat es kurz vor Schaffhausen auf der linken Seite eine Freizeitanlage und einen Campingplatz. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Jetzt haben wir noch was sicher. Verdeckt zugemacht, falls es doch stärker wird. Also so schaut es jetzt aus, wenn man zu macht. Vielen Schlauchboot-Kapitäne. Okay, wir sind ja das Schlauchboot. Also diese Intex-Boote da, die kann man in Schaffhausen kaufen. Da ist gleich bei der Brücke ein Laden. Ich habe leider nicht geschaut, wie viele Franken diese Schlauchboote kosten. Ich weiß nicht, ob sie noch da sind. Da haben wir von beiden verschwinde Wellen gesehen. Ja, okay. Hat's. Ein bisschen zu spät. Dann noch mehr vom Motorboot. Wenn ich nicht gekommen bin, waren sie wieder weg. Guck mal, fährt sie gerade nicht, typisch. Ja, genau. Die erwischen wir. Ja, jawohl. Ja, jawohl. Ja, jawohl. Haben wir. Einmal gewischt. Okay, ähm, die Gnade schaut damit ziemlich schwarz aus. Ja, gut, dass ich besser bin als tiefster Flusswanderer, ich gleich kriege mein Verdeck einwandfrei zu. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Achtung, renaturisiert auf 25 Meter, ja, E10, ist privat renaturisiert worden. Vielen Dank. 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 Okay. Auf geht's. Bye. 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 Es sieht so aus, als ob die Ausstiegsanlage auf der rechten Seite ist. Wo haben wir es denn? Da. Das sieht doch gut aus. Sieht sogar aus, als hätte es ein Förderungsmittel. Wir werden es mal angucken. So, hier geht es ganz nobel. Wenn ein Wagen verleimbedient wird, also muss man vorher anrufen. Und dann kann man die ganze Schlepperei sparen. Das lobe ich mir. So soll es echt öfters geben. Das macht Spaß, das macht Vergnügen. Wie auf dem Rummel. So, jetzt geht es ja beschleunigen. Am Scheitelpunkt ging es ziemlich langsam. Das geht mir richtig Fontäne, wenn ich da reinlande. So, jetzt hier die Wasserung kurz bevor. Und wir sind wieder drin. Okay, und jetzt fährt es scheinbar gleich wieder rauf jetzt der Wagen. Den kann man auch schon den nächsten gesehen. Nee, bleib stehen. So, dass es nicht im Wasser hängt. Laut Schild hat die Anlage noch zwei Hilfswehre. Ich gehe das Ganze nochmal wiederholen. Und wir gucken, wie wenn es in Der Rhein macht hier eine ganz gewaltige Kurve. Wie es ausschaut, kann man ja von der Rückseite auch noch zum Schloss hin und zum Kloster, was auch immer. Kann es nicht wieder stehen, da fahren wir natürlich mal hin. Wenn man da unter das Haus durchpaddelt, dann kann man es komplett umrunden. Und jetzt gehen wir noch, das Altwasser nehme ich mal an, Altwasser ist, noch ein bisschen hochfahren. Und jetzt sind wir hier wieder beim Wehr zurück. Jetzt drehe ich auch wieder um. Hinter der Brücke hat es eine Ausstiegsstelle, keine allzu gute, aber... Da sind viele Leute über die Brücke gelaufen, ich sollte mir vielleicht die Kirche doch mal angucken. Wie heißt das, warum hast du das nicht angeguckt? Gut. 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 Und jetzt weiß ich auch, warum vorhin so viele Leute über die Brücke gegangen sind. Die Kirche kann ich euch jetzt nicht zeigen, da ist gerade der Gottesdienst in vollem Gange. Man hört es eindeutig am Gesang. Gut. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Aber ich glaube, das ist wieder so easy wie beim letzten Mal. Ich bin gespannt, ob man da zu zweit drauf darf. Um wahrscheinlich auf mich verachten zu wollen. So, und wieder gibt es eine Luxus-Passage. So etwas hätte ich am Lech auch ganz gerne. Umsetzen für Faule. Und ein Tauchung natürlich genau im Ausgangsbereich. Und ein Tauchung. So, wie landet. Mein Mitfahrer. So, wie landet. So, wie landet. So, ich bin gespannt, obον es ohne Tü und zumчесjetlos. Wo landet. So ist das, wie we sie noch wirklich für sich entschieden haben. Und was nicht so sweatier bei mir und followers. So ist es etwa eine Chance. Soúlt ge决ht. So ist das für alle hemszlust. So steht dann aus der Welt wird. So steht dann dazu. Dadurch, dass es so kurvig ist, wechselt jetzt so ein Gegenwind und ein Rückenwind dauernd ab. Mal so, mal so. Hier treibe ich gerade meinen ersten Biberbau an der Tour vorbei, also den ich gesehen habe, so gut wie möglich den ein paar gar nicht gesehen habe. So, jetzt stehen wir hier vor dem nächsten Biber, schauen wir mal, ob das mit Handzeichen geben funktioniert. In der Folge, man muss nur davor fahren, irgendwann kommt schon die Aufforderung Handzeichen zu geben. So rum geht's. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Nötig doch was. Ja, es geht gar nichts mehr. Auf geht die wilde Fahrt. Hier muss ich nicht immer Handzeichen geben. Es ging so. Da habe ich viele Zuschauer. Hallo. Hallo. Danke fürs Anrufen. So, danke. Ah, ich bin rein und runter, so weit wie ich komme. Jetzt habe ich noch zwei Wochen Zeit. Schauen wir mal. Ich glaube, das war jetzt die niedrigste von allen. Die erste war die höchste. Jetzt muss ich erst mal eine Zeit lang wieder frei gefahren haben. Oh ja, die ist wirklich nicht hoch, aber das kann ich mir gar nicht drehen. Ich will ja auch runterfahren können. Naja, vielleicht doch nicht. Oh, und gleich haben wir wieder was unten. Und dann Kiel. So, viel Butter gleich viel wohler. Da kamen die Verwirbelungen von den Turbinen zum Tragen. In einem Stück da. Da rein hat eine gute Strömung. Da muss man eigentlich nur zu Ziertel paddeln. Das wären hier schon wunderschöne Eisvogelhänge. Das ist absolut kein Loch zu sehen vom Eisvogel. Ein Boot war das nicht. Was das jetzt wirklich sein soll. Stromteiler, Wegweiser, Kunstwerk. Gute Frage. Badeplattformen. Da haben wir auch wieder eine Seilzugfähre. Das ist eines der ersten in einem waldfreien Stückes. Da ist das lange. Und da kommt wieder ein Boot entgegen. Ganz zurück bin ich noch nicht. Auf der rechten Flussseite ist hier Deutschland. Eindeutig zu erkennen. Das sieht so aus. Da hat sich einer so richtig wohnlich eingerichtet. Und es wird noch immer mehr los allmählich. Da kommen wir hier noch vor. Wie bei der Isar in München. Die Flussseite ist schon gut. guten Wellengang, muss man sagen. Vielen Dank. Hier hast du scheinbar eine Insel. So, da ist die Insel. Jetzt werden wir mal ein Boot entscheiden, wo es hin will. Hier scheint es sozusagen den offiziellen Rast zu haben bei dieser Tour. Aber irgendwie ist zu viel los. Auf den Cappuccino gehe ich jetzt verzichten. Und eine Insel, wie ich gedacht habe, ist das auch nicht. Moment. Ha! Ich weiß, was ich mache. Ich fahre da mal unter der Brücke durch. Schau mal, wo es dahin geht. Das machen wir. Da kommt gerade eine ganze Grabnerflotte. Die Gemeinwärtigkeitskomplexe. Ich habe es mal gefragt. Das ist die Tös. Hast du mal schöne Steifeln gleich am Anfang? Schauen wir mal, bis sie zu tösig wird oder zu flach. Aber da fahren wir so ein bisschen rein. So, jetzt wird die Tös zu tösig. Es hat kein Taug mehr. Ich dreh wieder um. Das ist die Tös. So, jetzt ist gleich die Brücke. Dann sind wir wieder im Rhein drin. Das ist eine Schwanenfamilie. Mit ganz viel Nachwuchs. Hinten dran hat es nochmal was. Das ist ein kleiner. Da habe ich jetzt meinen Kaffee gekriegt. Und bin sogar von netten Schweizern eingeladen worden. Und weiter geht's. Hallo. Gesteckt voll der Fluss. Gesteckt voll der Fluss. So, sehr oft erscheinen die meisten der Flauchboote an Land zu gehen. Man weiß gleich, seit kurzem du auch schaffst, ist auf dem Weg. Eigentlich kaum mehr was los. Ja, aber hier ist natürlich auch schon ein ewig langer Rückstau. Wenn man da nicht paddeln will, dann wird es ziemlich anstrengend. So, wo ich hier gelandet bin, habe ich gesehen, oh, Schatten, schön, ich mache eine Pause. Ja, dann schaue ich auf die Uhr, fast 17 Uhr, habe ich gedacht, okay, bleiben wir gleich hier. Ja, das war eigentlich ganz witzig mit den zwei Wehren da, wo da so mit dem Wagen, der automatisch fährt, rüber transportiert wird. So habe ich gar nicht aussteigen müssen und Bescheid sagen müssen, lief ganz gut, hat gepasst. Schauen wir mal, wie es morgen wird mit den Wehren. Einer hat gesagt, einer hat so Schleuse, schauen wir mal, ob man da als Kajak rein darf. So, wie es morgen wird, wenn wir mal, ob man da als Kajak rein darf. So, 7.40 Uhr haben wir. Heute heißt die Mission Europa entgegen, zumindest was Telefontechnisches anbelangt. Dann habe ich endlich wieder Internet. Also sozusagen, Telefontechnisch gehört Schweiz eigentlich nicht mehr zu Europa. Da liegt Schweiz irgendwo hinter kleinen Kleckersdorf, würde ich sagen. Okay, freue mich schon wieder. Endlich wieder Internet, wieder voll auf der Welt. Man hat wieder WhatsApp, der Telefon scheppert. Ha, herrlich. So, draußen aus meiner Bucht. Und jetzt geht es weiter los. Hier sollen noch ein paar Wehre kommen. Bin mal gespannt, ob die auch so easy gehen. Lassen wir uns mal überraschen. Jetzt in der Früh ist der Fluss noch schön leer. Ich habe Pech gehabt, dass ich genau am Wochenende da war. Oder vielleicht auch Glück, wo er vor die Party gesteppt hat. Ups. Wie es ausschaut, hat es da einen Biberbau. Müsste eigentlich einer sein. Könnte ja auch vielleicht auch nur um Treibholz handeln, aber das glaube ich dann doch weniger. Sieht mir so aus wie die Reste von einem Winterfloß. Links hat es einen kleinen Altarm. Aber da liegt dann gleich ein Baum quer. Ich weiß nicht, naja, hinter kommt noch einer. Ich reiße mich zusammen. Hier hat man ein paar Strukturbäume eingebracht. Wie man sieht, gut befestigt. Auch im weiteren Verlauf. Und irgendwo muss hier das Wehr kommen. Hier hat schon ein Haufen Schilder. Aber noch ist nichts zu sehen. Wie ich gerade eben richtig gedeutet habe, darf ich in dem Bereich nicht schwimmen. Aber Boot fahren war nicht direkt untersagt. Gefühls mäßig ist es bisher der größte Enten-Nachwuchs, den ich gesehen habe. Das sind schon richtige Brocken. Aber liegt vielleicht auch nur daran, dass das an Land sind. Da wirken sie größer. Das sind auch so mit Stahlseilen gesicherte Strukturbäume. Der ist sogar natürlich. Und jetzt da ums Eck erscheint das Wehr. Okay, ich habe befürchtet, diese Schleuse darf ich nicht benutzen. Aber ich nehme mal an, dass es hier da die Umtragung hat. Und ich glaube, hier hat sogar einen Weg für den Biber, dass er auch ums Wehr rumkommt. Nobel. Ja, tatsächlich, hier handelt es sich um einen Biberausstieg. Respekt. Das sieht man wirklich selten. Schade, dass wir keine Rollen dran gemacht haben. Dann könnte man das einfach rausziehen. Also rein theoretisch ist der richtige Nobelsteg. Höhenverstellbar. Man könnte drauf fahren, würde dann hochheben lassen. Ich weiß jetzt, es wäre noch eine zweite Person da. Aber einfach nur sagen, hier hat man so einen Schuppen mit Bootswegen. Wenn man da eine Münze rein tut, wie beim Einkaufswagen, dann könnte man jetzt den verwenden. Hier ist der kürzeste Weg. Aber den darf ich scheinbar nicht nehmen. Ich muss da lang. Schade, ich muss da lang. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Panik eingesetzt, ewig lang gesucht. Ich hätte eigentlich nur mal einen Sonnenhut hochheben müssen. Da war es. Ewig lang gesucht, rumgemacht. Okay, auf geht's. Und das ums Eck ist kein Wehr. Die Panik war auch umsonst. Das ist irgendwas anderes. Das ist irgendwas. Das ist irgendwas. Meine Chancen steigen aufs Internet. Links die Schweiz. Und hier rechts Deutschland. Kann man nur hoffen, dass die schwachen deutschen Netze irgendwann stärker sind als die starken Schweizer Netze. Diese Inselbunker, die sind äußerst beliebt. Die sind in Privatbesitz. Sozusagen ein bombensicheres Zuhause. Ein Haubentaucher mit seinen Jungen. Jetzt schaue ich mal unten, ob dazu vielleicht ein Wegelchen ist, wo ich jetzt einfach den Schienen da entlang fahren kann. Schauen kann man ja mal. Wäre schon eine coole Sache, wenn ich nicht abladen muss. Okay, das Ding ist wohl nicht zur Selbstbedienung gedacht. Da muss ich es klassisch machen. Schade, schade. Tja, und leider habe ich keinen Franken da. Nicht mal einen einzigen. Ich bin stolze Besitzer eines Frankens. Ich habe einen Versanten gefragt, ob er mich einen Franken hat. In Tausch gegen zwei Euro wollte er dann nicht haben. Dann haben wir ein Geschenk gekriegt. Wie gesagt, also mit dem Boot, mit dem Wagen geht es echt easy. Ich habe das Teil wieder zurückgebracht. Ich habe meinen Franken wieder geholt. Und ganz zu erwähnen, unter diesem Tresinenweg oder wie auch immer, da verläuft eine Fischtreppe. Die müsste ja funktionieren. Also der Beweis ist eigentlich, dass sie funktioniert. Am unteren Ausgang standen vier Reihe Spalier. Also da kommen Fische vorbei. Kurz hinterm Bär, wenn wir ein schönes Vorwärtskommen, da hat der Rhein ordentlich Dampf drauf. Da muss unter Wasser ganz schön was drin sein. Von Weitem hätte ich schon gedacht, da hätte ich jetzt eine Pistolenrampe drin. Aber das ist nur an der Seite so ein Wellenbrecher. Das ist eine kleine Gabelung. Fahre mal in den Rechten rein. Ich muss sagen, das ist jetzt hier so, jetzt nach dem letzten Wehr, so ziemlich das schnellste Stück, als wir es am Rhein gehabt haben. Schade, der Seitenarm ist gesperrt. Also egal, der voll gekämpft rüber zu kommen und dann ist er so ein Schild. Aber ich habe es fast befürchtet. Hier wird es jetzt richtig wild. Das muss man sagen. So wild dann doch nicht, wie es ausgeschaut hat. Das ist bloß eine gemütliche Rampe. Das sah von Weitem etwas schlimmer aus. Das sah von Weitem etwas purchases. Einst Hoth-Kreis. Das sah von Weitem. Fahre. So wild dann. 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 Ich muss sagen, mit so etwas Wildem habe ich gar nicht mehr gerechnet. Auf der rechten Seite hat sie immer wieder mal so ein bisschen Haltarme, aber die sollen wir besser nicht mehr fahren und dann haben wir keinen Bock bei der Strömung, wenn da irgendwas drin ist, dann habe ich ein Problem, wenn da ein Baum quer drin liegt. Da ist ein richtig fettes Altwasser, also wieder ein Schild drin, dass man nicht rein darf. Okay, hier geht es wieder teilen. Folgen wir mal den rechten, naja, gute Frage. Ich schätze mal, nach links rüber schaffen wir es eh nicht mehr. Folgen wir den da. Knapp an der Insel vorbei. Ah, da sind wir. Knapp an der Insel vorbei, da. Das müsste gehen. Auf der rechten Seite, da hat es ja ganz schön Wellengang. Dann fahren wir da knapp an der Insel vorbei. Okay, das da links wäre wohl eh nur zur Mühle gegangen. Und dann gehen wir das auf. Das war es mild. Diese Einrampe da ist ein bisschen misstrauisch geworden. Das ist jetzt die Insel von der anderen Seite, also eine Mühle ist da nicht drin, das hat getäuscht. Die Uhr geben, wie ich den noch gegen den Bogenpfeiler treibe. Hier ist der Zoll Koblenz. Jetzt habe ich das andere Bild verpasst. Wir haben schon wieder eine Insel. Und dann nehmen wir auch erst wieder den Rechten. Hier waren es auch gerade Tonnen, die die Fahrtrichtung markiert haben. So, jetzt schaue ich mal, wie die Brücke durchkommt. Da ist ein anderer Fluss reinzukommen. Schauen wir mal, wenn ich den hochfahren kann. Da muss ich kapitulieren. Da komme ich nicht rein. Keine Chance. Oh, aber jetzt geht es leider mal raus. So, da fahren wir einen Campingplatz. Ein bisschen früh, aber ich könnte ja mal ein bisschen meine Akkus aufladen beim Campingplatz. Naja, aber hier ist so ein Ein-Mann-Bunker. So ein ähnliches Modell wird regelmäßig immer wieder mal neu im Weichensee gefunden. Ein riesen Blablabla. So, auch ein neues reinunter. Aber man sieht sozusagen, so wirklich mit Besuch vom Wasser rechnet die hier nicht. Aber macht nichts. Ein schöner Campingplatz. Alle Akkus durchgeladen. Noch alles irgendwie wieder runterkriegen, einräumen und los geht's. So, endlich im Wasser drin. Hat auch ein bisschen gedauert wieder mal. Schon kurz nach 8 Uhr. Das dunkle Bier von gestern hat seine Wirkung gezeigt. Okay, auf geht's. Kaum losgefahren und schon ist das nächste Wehr. Schauen wir mal, wo wir es umsetzen können. Keine Ahnung, was das hier so wirklich jetzt ist. Fahren wir mal da hinten lang. Und dann nachschauen wir, was für welche Atomeier das sind. So, Anlagen sind schon immer irgendwie landschaftshebend. Sind ja gleich viel besser aus, das Ganze. Zum Übersetzen werde ich in die Schweiz zurückgeschickt. Und das ist eine ziemlich lange Umtragung, wie es so ausschaut. Viel zu früh geungt. Die Umtragung ist doch irgendwo da vorne. Und nicht das ganze Laufen. Hurra! Jetzt haben wir hier die Twist Einzelfahrerin wieder eingeholt. Die hat er glatt geschafft früher zu starten als ich auf dem Campingplatz. Jetzt gehen wir das Kaya klauen. Ha! Das Kraftwerk bei Lippstadt, das hat eine schöne Fischaufstiegsanlage. Die gehen wir uns jetzt nochmal, gehen wir uns mal anschauen. Das Kraftwerk liegt so auf der deutsch-österreichischen Grenze. Na klar, hier haben wir schon mal einen schönen Blick rein. Gehen wir so vielen kleinen Becken raufwärts. Aufwärts! Ja. Hier im Jahr in der Schweiz ist es wirklich bieberfreundlich. Das ist ein Biber-Rettungssteg. Das er hier wieder raus kann, und würde ich sagen, das ist ein Biber-Rettungssteg. Kann sich da auch so von Baum zu Baum hangeln, die die Strömung ein bisschen wegnimmt, dass er hinkommt zum Notausstieg. Da müssen schon ein paar Biber ertrunken sein vorne im Rechen. Wir kommen jetzt zurück von der Fischtreppenexkursion. Und der Kajak ist auch noch da. Da ist es. Auf geht's. Ich schätze mal, die Johanna werde ich beim nächsten Jahr nicht mehr einholen. Die ist doch ganz schön zügig unterwegs. Okay, auf geht's. Eine Uferkonstruktion habe ich bisher auch noch nicht gesehen. Das ist eine Wasserleitung aus Holz. Das schaut nicht so brutal aus, wie man es mit Tom oder Stein macht. Also ein bisschen natürlicheren Eindruck. Da kommt jetzt wieder der Kanal zurück. Die Energiegewinnung. Und die Johanna kriege ich heute definitiv nicht mehr. Die ist auf und davon. Die hat mit Tom oder Stein hat einen Tag erfolgen. Ich bin mal Kind von immer neben ihm. Da bin ich noch ein. Vor der Zeit. Ich war noch ein. Aber gern. Ich war noch ein. Ich war noch ein. Das ist ein, das ist ein. Das ist das Ganze. Das Ganze ist das ganze Zeit. Ich war noch ein. So, schauen wir mal. Das ist eine gefährliche Strömung unter der Brücke. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Hanne ist doch noch eingeholt. Das ist eine ewig lange Umtragung. Und da am Meer haben sie nur höllischwere Wegen. Da liegt der Wagen schon allein so viel wie beim Boot. Das ist das Ende wahrscheinlich irgendwo hinter dem Zelt frühestens. Schauen wir mal. Das ist eine spannende Konstruktion. Mal schauen, ob wir die in Betrieb setzen können. Ich habe so etwas noch nie gemacht. Johanna auch nicht. Und jetzt schauen wir mal, wie das funktioniert. Jetzt geht es abwärts. Die Spannung steigt. So, meine Maschinenführerin. Jetzt vertrauen wir mal, dass wir hier zur Schweizer Seite sind und dass alles gut durchdacht ist. Und wenn wir saufen, ist unsere beiden Boote ab. Auf nimmerwiedersehen. So, noch ein paar Meter bis zum Wasser. So. So. Jetzt haben wir dann gleich den Touchdown. Die Spannung steigt. Keiner weiß, was passiert. Das ist gut. Ja, das kann jederzeit stoppen. Ja. Da einigen wir uns jetzt gleich mal auf eine Tiefe, wo ich stoppe. Ja. Und die Frage ist, wann sagt man jetzt dann Stopp? So, wieder gut reingekommen ins Wasser. Und auf geht's zum nächsten Wehr. So, von hochreinkano.de sind wir noch ganz nett vom Kaffee eingeladen worden. Und jetzt geht's gestärkt weiter. Und die nächste Umsetzung ist wieder mit einem Wagen. Elektrischen. Endlich beinahe sich nicht gesehen. Mein Kollege hat schon vorhin einen Biber gesehen. Ich nicht. Und hier hast du den zugehörigen Biberbau. So. Das nächste wäre. Und da links ist der Wagen. Und da murder. Das kam. Dieショны. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay Okay Ja Achtung, jetzt geht es steil runter Festhalten, dass die Mütze nicht runterfliegt Alleine ist, es gibt hier Bootswagen sogar ohne Münzeinwurf Ich präsentiere hiermit Die Europas längste Holzbrücke, die überdacht ist Ihr nehmt wirklich gar kein Ende Das ist die Mütze nicht runterfliegt Das ist die Mütze nicht untertitelung des ZDF, 2020 So, ich stehe jetzt genau auf der Mitte von der ewig langen Brücke Jetzt schaue ich in die Schweiz Jetzt gehe ich mich drehen Und da geht es nach Deutschland Zum Euro Wo es billiger ist Das ist die Mütze nicht untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. 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 , Vielen Dank. , 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 ,, ,.., ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,...,... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Guten Tag am Rhein. Schauen wir mal, wenn wir heute kommen. Ab heute wieder alleine, ohne Johanna. Echt schade. Aber hilft nichts. Jetzt kommt gleich das nächste Wehr. Tja, das muss ich alleine schaffen. Und das ist ein bisschen. Und das ist ein bisschen... Ja, da sieht man schön den Wind, der hier weht. Da vorne ist dann die Schleuse, müssen wir schauen, wo wir da vorbeikommen. Wahrscheinlich müssen wir dahinter fahren, zum Wehr. So, die ist Anlage gefunden zum Umsetzen der Boote. Einmal arschlochmäßig, kundenunfreundlich. Das ist die Aufstiegsstelle und hier hat er absolut keinen Weg weiter, wo es weiter geht, ob es rüber geht, ganz dahinter zum anderen Wehr. Und jetzt gehe ich halt, da drüben geht es, das weiß ich. Da habe ich gerade einen Profi gefunden von der Kajakverleih. Und jetzt muss ich mich halt dann mit dem Block anlegen. Da ist eine ziemlich Stromstelle drin, aber der meint, die kann man gut anschauen und notfalls auch umtragen. Schauen wir mal. Bevor ich da ein Terz mache, das Boote sozusagen ganz entlade, ist es so ziemlich heftig, das da runter zu kriegen. Aber 800 Meter weiter geht ein Fluss rein, da sollten wir angeblich gut reinkommen. Alles Glück gehabt, hat mir eine junge, nette Franzose geholfen, meinen Kajak da runter zu tragen. Mann, auf geht's. Schau mal wie es wird. Schau mal wie es wird. So, das ist die zweite Stromstelle, von der er was gesagt hat. Von mir da schon der Block ist, aber schauen wir mal. Wie es ausschaut, haben wir ein bisschen mehr Wasser, ganz normal. Aber die Durchfahrt, zumindest bei dem hier sieht es gut aus. Aber bei einem Heftigen hat er eigentlich gemeint, da sieht man Felsen. Macht nichts. Auf jeden Fall, die ist kein Problem. Aber da ist alles… Für mich das heißt… Einwandfrei durchgekommen, aber das war noch nicht die kritische Stelle. Das war die Ja, das ist mir. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wieder stark klar, trockengelegt, alles gut wie es ging und auf geht's. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist, glaube ich, keine Graureihe, aber... Hier hast du die größte Graureihe-Dichte, die ich je erlebt habe. ...sagenhaft. Ein ganzer Haufen Gänsesäger. Oh, das kommt da gerade rausgeschwommen, eine ganze Herde. Die werden auch wieder Gänsesäger sein, aber man kann sich auf deren Fall natürlich auch täuschen. Hier hat es ein kleines Altwasserchen. Hier hat es ein kleines Altwasserchen. Und da linksaußen, da tobt es auch ganz schön. Auf der anderen Seite scheint es zwar zu gehen, aber mein Bedarf von Experimenten ist heute gedeckt. Ich gehe jetzt hier einfach hier jetzt drüberziehen, das Boot ist gescheiter. Glück gehabt. Also da hat mir gerade ein französischer LKW-Fahrer geholfen. Er hat gemeint, da sind schon mehrere Gekentert da drin. Und er hat mir jetzt geholfen, meinen Kajak da umzusetzen. Dahin geht ein schmaler Weg lang. Es wäre allein etwas schwierig geworden. Und Trauung beendet. Aber heute kommen wir aus diesem Teil nicht mehr raus. Es war vielleicht leichtsinnig, diese Möglichkeit zu übernachten und verstreichen zu lassen. Schauen wir mal. Jetzt müssen wir fahren. Ich glaube, der Hauptström wird da drüben. Und hier ist es gerade ganz, ganz knapp, dass es geht. Jetzt müssen wir fahren. Pass das zu machen. Das hat rein. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So klebrig ist das Wasser. Schönen Apfelbaum, bloß leider sind die Äpfel nicht so ganz reif. Schmeckt nicht so wirklich gut. Aber hier hat es schön reife Brombeeren. Lecker, lecker. Alles klar. Und das nächste wäre, weiß ich nicht, keine Ahnung mehr. Okay. Und wir schauen, ob wir irgendwo Schuhe kriegen, was zum Essen, Trinken. Ich habe fast nichts mehr. Es rentiert sich hier etwas früher auszuboten, wie ich es zufällig gemacht habe, weil die Slip-Anlage ist in einem wenig traurigen Zustand. Das ist die Mönlein. Da können wir jetzt auch noch raufpaddeln. Aber nachdem wir jetzt da zum Wehr sowas von zäh ging, hatte ich da nicht wirklich Motivation. Immer wieder schön, wenn das Boot am Stadtbesuch noch da ist. Also, das ist nicht nur irgendein Wehr, das ist ein Kultur-Wehr. So, wieder drin. Einkauf beendet beim Drucker Riemarkt Müller. Klappt sogar Schlappen. Und weiter geht's. Da vorne liegt der Rhein von mir. Also, das war die ganze Zeit mit einem Seitenteil da drin. Und da oben kommt jetzt der Rhein. Ich bin dann wieder auf der Hauptschifffahrtsroute. Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Es geht erst da hinten runter. Geile Rampe mit dem Gewicht. Das frische Wasser am Bord. Rechts von der Rampe runtergefahren. Ein bisschen flacher. Eine ganze Tiefe muss. Und dann kann ich jetzt den Wagen wegmachen. Oh, bei Sonnenschein schaut der Altrhein doch gleich viel freundlicher aus. Das ist jetzt, wenn man hier im Rhein drin ist, also der Rhein dahinter im Wehr ist, haben wir hier schönes Quellwasser. Knappe Sache, weil das wird teilweise ziemlich flach. Aber jetzt habe ich es geschafft. Ich bin im Strom drin. Es geht. Da geht es ja noch woanders hin rein. Aber da fahren wir natürlich nicht rein. Eine Gefahr ist, schade ist, da habe ich gerade den Eisvogel flachern sehen. Und für mich geht es jetzt da hin. Sieht so aus, als würde dieser Arm über gar keine Strömung verfügen. Weil da sind auch zwei Hilfswehre drin. Das heißt, das Wasser steht mehr oder minder. Das ist jetzt kommt und zeigen, also sagen, hier am rechten Ufer, da stehen die, so in etwa 30 Meter Abstand, die Graureiher-Spalier. So, hier ist das erste Hilfswehre. Das sieht man eigentlich relativ schlecht. Schauen wir mal, was da auf dem Schild steht. Nehmen wir an, das heißt, dass da die Umtragung ist. Schauen wir mal. So, das ganze Steckchen an Bäumen, da steht es. Hier ist die Bootsumtragung. So kaum hin, Leute, Algenteppich. So, der Architekt hier, der ist wirklich mein bester Freund. Ein richtig schöner Menschenhasser. Ich kann mir richtig vorstellen, wie er beim Wurf von dieser Stützschwelle sich vorgestellt hat, wie ein Mensch und Tier hier ersäuft. Ich kann mir richtig vorstellen, hat er eigentlich eine Ahnung, welcher Architekt momentan führend ist, Menschen liquidieren, töten, morden, wie man es ausdrücken will. Das ist ja ein richtig schönes Musterbeispiel. Also, da muss ich echt statistisch gegrinst haben, weil ich es entworfen habe. Das war gestern noch zu erwähnen, warum der Architekt so begeistert. Er hat sogar an Zuschauertribünen gedacht. Wenn es einen übers Wehr spült und man in der Wasserwalze hängt, auf beiden Seiten können die Zuschauer postieren und zugucken. Also, der Mann gefällt mir oder die Frau, der das gemacht hat. Ach, herrlich! So, das ist jetzt der Einstieg auf der anderen Seite. Auch wieder schön steil. Zum Glück kommt man da noch außen dran vorbei. Aber ich frage mich schon, welcher Gipskopf kommt auf die Idee, da einen Baum zu pflanzen? Auf geht's und jetzt schauen wir erstmal, ob sich da hinten dran nicht eine Bootsrutsche verbirgt. Das könnte direkt sein. Ne, da haben wir. Tja, da legst du sie nieder. Da hättest du eine Bootsrutsche gehabt. Alleiner stand auf meiner Seite nichts davon. Aber siehst du daran, dass ich so herzlich uninformiert bin. Ich gehe jetzt erstmal hier an Land und schaue, ob das hier wirklich eine Bootsrutsche ist. Das lässt sich von hier aus nämlich absolut nicht sehen. Also, es sieht so schön nach einer Bootsrutsche aus, aber es könnte auch eine überflutete Fischtreppe sein. Und da möchte ich noch nicht gerade drinstecken. Ich nehme dann doch lieber mal die Umtragung. Weil raus komme ich da auch nicht wirklich, um nachzuschauen, was das ist. Jetzt ist es angelangt und hier gibt es erstmal Frühstück. Massenweise Brombeeren. Das wäre so eine selben Bauart. Auch hier auch schön mit der Bank versehen, wo man schön zuschauen kann. Da kommt Freude auf. Hier ist eine schöne Rampe, auch Gras bewachsen. Wo ist ein oberer Teil grobe Steine. Herrlich. So, das war jetzt Triumph der Faulheit. Einfach Treppen runtergefahren, halt festgeboten mit allen Stricken, die ich hatte. Und weiter geht's. Da schauen wir natürlich erstmal, ob es sich da hinten um eine Bootsrutsche gehandelt hat. Schauen wir mal, was das ist. Das ist eine Bootsrutsche, wie ich eigentlich gedacht habe. Aber nachdem man in jedem Himmel ist, ist es auch eine Bootsrutsche. Vielleicht in die Sub was von brutal gefährlich, was nicht so ausschaut. Aber wer weiß, weil der, der es schwer entworfen hat, war nicht gerade ein Menschenfreund. Vielleicht ist die mörderisch. Wer weiß. Da quält ein Modellboot. Die ganze Breite des Flusses. So, da ist die, komme ich auf den Rhein. Da liegt noch ein Schiff vor Anker. Und jetzt geht's los. Hier in den Rhein, runter in den Hauptstrom. Alles frei für mich. Kein Schiff zu sehen. Kein verhandeltes. So, da kommt das erste Frachtschiff des Tages. Hier in den Rhein, runter in den Rhein. Die Rhein der cosa. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Schau mal, wenn wir Glück haben, vielleicht rutscht jetzt auch noch ins Wasser rein. Dreh durch, dreh durch. Schau mal, und jetzt, und jetzt. Na, 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 na. Die nächste Umtragung wäre geschafft. Und vor mir ist jetzt ein Standboardpackler, da fährt man Konstanz in die Nordsee und da wird eine Doku drüber gedreht. Schauen wir mal, was dieser Abschnitt hier bringt. Hoffentlich bleibe ich jetzt nicht in den Algenteppich hier hängen. Das wird interessant. Jetzt wieder ein großes Schwanentreffen. Und kaum aus der Algenbucht draußen empfängt mich wieder ein ziemlich starker Gegenwind. Ja, ich vergaß. Ich habe mich da beim Umsetzen, da gab es einen Kiosk, da habe ich mit Cappuccino und Wurstsalat gestärkt. Na, von dem Schwan habe ich noch ein bisschen Abstand. Der noch ganz kleine Küken. Er könnte ja bitte etwas aggressiv reagieren, wenn man da zu nahe kommt. Das wäre jetzt eine Möglichkeit, in den hinterliegenden Alt reinzukommen. Aber durchaus verboten. Ich habe keine Ahnung, wo ich da rauskomme. Vielleicht etwas riskant. Von davor kommt gleich die nächste Hilfswehr und ich halte da es wieder drüber. Wenigens hast du bei dem Hilfswehr eine schöne Rampe. Schau mal, wie es auf der anderen Seite runter geht. Leider ist der Weg nach unten nicht mehr so luxuriös. Wieder über Berg und Stein. Wieder drin. Und ich fürchte, auf der anderen Seite hättest du hier eine Polsrutsche. Auch wenn eine Polsrutsche mich wundert es nur echt, dass hier überhaupt nichts los ist. Wäre eigentlich das so, El Dorado. Und jetzt ein paar Inselchen. Ein paar Alparme noch versteckt. Keine Ahnung. So, hier haben wir so eine nächste Hilfswehr. Man sieht sie da eigentlich kaum zu erkennen. Man kennt ja eigentlich bloß an den Warnschildern da, dass da was kommt. Ansonsten, okay, jetzt in diesem Riesenzoom schon, aber so ein Abstand eigentlich null. Alles was wir nicht verpacken, diesmal nehme ich die Bootsrutsche. Das war wahrscheinlich schwierig von allen. Da kommen jetzt gleich hinten dran Steine und dann heftig rechts einschlagen. die Bootsrutsche. vorhin beim Schild tun wir wie das nächste Hilfswehr in Sicht. Dann ziehen wir uns auch wieder auf die Bootsrutsche auf der französischen Seite. Na, haben wir es denn? Ja, ist schon klar. Den deutschen Behörden sind die wirklich ein Dorn in den Auge. Diese Bootsrutschen. Wenn ich euch gerade ausfahren kann, der hat vielleicht ein Problem. Bei denen geht es dann über das Wehr. Von Susann ist es abgeraten, die zu fahren und auch die anderen nicht. Die seien doch etwas gefährlich. Naja. Dann heißt es halt wieder umtragen. Das ist auch wieder einer der vielen Wege, die es da hinten rein hat. In den Auenwald. Aber wenn man keine Peilung hat, wie es weitergeht, mit einem schweren Tourenkajak. Das müssen wir separat machen, mit der Twist so, wenn man vielleicht vier Tage Zeit hat, dann kann man da mal rumgeigen. Aber jetzt mit dem schweren Kajak ist das keine gute Idee und dem langen. So, voraus haben wir jetzt eine große Insel. Dann nehmen wir mal den rechten Abzweig. Das ist auf jeden Fall der kürzere Weg. So, jetzt nähern wir uns wieder vom Alt-Rhein, den neuen Rhein. Und man merkt jetzt, der Rhein hat es ein bisschen Geruch verändert. Jetzt riecht er schon ein bisschen so, wie er in Köln riecht. Wenn man ewig weit weg ist, aber jetzt hat er den typischen Rheingeruch. So, jetzt sehen wir, dass ich so das Rheingeruch empfinde. So, ganz offiziell im Rhein drin und ganz in der Ferne sehen wir schon die Berge vom Schwarzwald. Und da auch eine Fähre. Da drüber gefahren. Oh, gerade eben dampft die Fähre los. So, das wäre das der untere Eingang vom Alt-Rhein. Aber den gehen wir doch mal irgendwann dann separat erforschen. Das machen wir jetzt nicht. Ich glaube, es soll eigentlich heißen hier drin Kajakfahren verboten. Aber das ist so verblasst. Das zählt nicht mehr. Quatsch. Ich will das eh nicht rein. Wenn ich nur umdrehen, wird es doch Ärger gibt. Das ist eigentlich ganz witzig. Unterschiedlichen Konzepte, beiseitig der Grenze. Hier so Steinschüttungen mit Wildblumen, die wir angesiedelt haben. Auf der anderen Seite Magerrasen. Ich nehme an, das kaschiert eine Steinschüttung. Ganz witzig. Da geht es am Plätzchen da durch. Letzte Umtragung und hinter der Umtragung stelle ich dann mal ein Zelt auf. Das nenne ich mal eine starke Befestigung zu Frankreich rüber. Ich meine, das ging Tauben. Auf geht's, ein neuer Tag. An welcher Zeit für den Campingplatz wieder mal. Aber ich habe mal geguckt, der ist doch arg weit weg in Kehl. Der will nicht erreichen. Okay. Aber wie geht's? Oh, allmählich. Ich spüre es ganz schön. Die Anstrengung. So, auf geht's. Drinnen im Wasser. Und da vorne stimmt gerade eine Schwanenkolonie quer. Das nächste Hilfswerk wäre erreicht. Aber ich bin hier kaum einzuboten. Weil da vorne grüßt schon Hilfswerk Nummer 2. Und nachdem wir Franzosen gemeint haben, dass diese Wasserrutschen da echt gefährlich sind, gehen wir halt umtragen. Ich bin da in Übung. Das geht immer besser. Ich frage mich nur, warum sie auf der anderen Seite nie so schöne Rampen haben. Hilfswerk Nummer 2 ist erreicht des heutigen Tages. Jetzt auch wieder eine schöne Rampe zum Hochkommen. Aber Rücksetil wird wieder scheiße sein. Okay. Auf ein neues Umtragen. Und wieder ein Wehr umtragen. Das zweite Wehr des Tages. Das nächste Wehr ist ein großes. Das ist vom Rhein. Da vorne hat es Bojen. Da kommt wieder die Hauptschifffahrtsroute. Sieht so aus, als wäre hier ein Campingplatz gewesen. Oder ist einer. Aber der war bei mir nicht verzeichnet. Das ist definitiv zu früh. So, wieder drinnen am Rhein. Bin mal gespannt, ob ein Schiff kommt. Bevor es für mich wieder in Alt reingeht. Weil besonders viel los ist hier oben noch nicht auf dem Rhein. Könnte natürlich auch Corona bedingt sein. Keine Ahnung. Aber bisher war das Verkehrsaufkommen relativ gering. gealth. Bis zum nächsten Mal. 42 i gördüm. Bei they sind Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Dann ist die Hauptstiftwärtslinie Jetzt kommt dann hier das Nächste Wehr Dann schauen wir, wo wir die Übertragung haben Und dann gibt es wieder ganz einen Haufen Hilfswehre, die ich umtragen darf unser landessteg und erstmal wacht bis sie den freimachen. bei mir ist eine umtragung beendet ich habe hier noch andere paddler getroffen hier gibt es zwei wege den linken und den rechten der linke ist ohne wehre und ab hier wird auch keine busrutsche mehr geben und bei den wehren sind letztes jahr vier leute gestorben. eines waren das leute die über das wehr schwimmen wollten oder paddeln wollten. es waren keine unfälle an der bootsrutsche wohlgemerkt. zuerst wie möglich. Aber jetzt werden wir mit dem den bewerber – ich habe das also in der 20-30 Uhr gemacht, in der sind die die So, jetzt schauen wir an die Insel und da links von der Insel springst bereits das nächste Wehr durch. So, da hast du einen kleinen Allmannbunker. So, da ist das Wehr und hier haben wir jetzt den Ausstiegspunkt erreicht. Ich dachte, da kommt keiner mehr, war schon in Sorge. So, da ist das Wehr. 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 So, drin noch zwei Kilometer bis Kehl. Ich bin nur gespannt, ob wir einen Campingplatz vom Fluss aus sehen. Bei meinem Glück nicht. Und der Akku vom Handy ist gerade absolut platt. So, da ist das Wehr. Jesus schreit! Vielen Dank. Wir gehen uns jetzt da oben einen Cappuccino holen, den haben wir jetzt verdient mit Kuchen. Vielen Dank. 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 Bye. 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 Abzeugung nach links und hier geht es gerade aus, also der Hauptstrom geht eindeutig gerade aus. Jetzt wird es echt interessant, ich habe keinen Plan, aber schauen wir mal was passiert. Die beiden haben übersehen, hier ist noch ein kleiner Au-See. Da fange ich mal ein bisschen anfangen. Das ist der Au-See. Ich glaube, normalerweise ist er nicht angeschlossen ans Wasser, aber momentan haben wir einen leicht erhöhten Wasserstand, wie man so sieht. So, das ist ein Weg, der ist überflutet. Na ja, wollen wir weiter, solange noch Gegenstrom ankommen, können wir es machen und es bleibt genug zum Umdrehen. Wir wollen nicht mehr Natur werden als hier, sonst haben wir da irgendwann ein Problem. Jetzt kann ich zurückpaddeln gegen die Strömung, meine Lieblingsdisziplin, das war der falsche Arm. Da geht nichts. Ich habe auch keine offizielle Ausstiegsstelle. Okay, ab gegen die Strömung. Juhu. Jetzt sieht man hier nicht so schön, was hier so schön und friedlich ausschaut, alles. Jetzt immer wieder mal so Reusen im Wasser zum Fische fangen. Das sieht man jetzt, glaube ich, ein bisschen schlecht, aber da kann man auch nichts machen. Jetzt sind wir am Abzweig und dann schauen wir mal, wo der uns hinführt. Wahrscheinlich auch bis zur Straße, da wird dann der Ausstieg sein wieder. Naja. Es war ein kompletter Schlag ins Wasser, sowas kann vorkommen. Hier ist einfach Ende. Ähm. Der Schild steht falsch. Ich habe das falsch aufgefasst. Aber das heißt eindeutig, es geht da einen Fluss runter, so wie das dasteht. Das ist kein Ausstiegszeichen. Aber, ähm, naja, wieder zurück, wo ich rein bin und dann heißt es, die lange Umtragung machen. Naja, war ein schöner Ausflug in Auenwald. Gott sei Dank kann ich nicht enttäuschern. Ich habe es nicht anders erwartet. Tja, vielleicht liegt es da dran. Wir haben ja nicht nur einen leicht erhöhten Wasserstand, sondern einen stark erhöhten Wasserstand. Wenn man so die Vegetation an der Seite anschaut, das sehen wir ja im Video, sozusagen, da ist sonst der Wasserstand fast einen Meter niedriger. Ähm, dann käme man vielleicht unter der Brücke durch. Dann gehen wir jetzt aber hier raus. Weil die Straße geht auch da oben, oben rauf, am Deich, das geht auch. Und hier kommen wir auch viel besser raus. Ohne Treppen. Vorhin haben wir einen getroffen, ähm, hier findet zweimal im Jahr für vier Wochen eine Flutung statt. Die ist halt gerade. Ohne Flutung kommt man unter die Brücke drüber, dann drunter fahren, bei Flutung halt nicht. Und erstaunlicherweise ist jetzt hier der Einstieg nicht gesperrt. Also ich und mein Kajak kommen natürlich gegen an, aber wenn einer mit so einem runden Boot daherkommt, das nicht rechtzeitig merkt, dass man nicht nur da durchkommt. Okay, in den letzten 40 Jahren ist nichts passiert, aber das ist eine ganz schöne Falle. Das ist die anstrengendste Umtraum dieser Tour bei Bullenhitze ewig lang. Ich fühle mich schon mit dieser Fisch hier. So ähnlich fühle ich mich. Hundeelend. Es war wirklich ziemlich heftig, so über das Kieswerk, gleich das Tor da durch, wo auch so ein blauer Pfeil ist, vielleicht wäre es gescheiter gewesen, weiter außenrum zu laufen zum Yachthafen. Keine Ahnung, wie weit es da gewesen wäre, aber es war wirklich hart. Hurra, geschafft. Wieder im Wasser drin, hat es ziemlich gedauert, das ist die ganze Aktion. Schauen wir mal, ob mir der Wettergott weiter treu bleibt und das Wetter mir ausweicht. Das schlechte Wetter, was da aufzieht. Schauen wir mal. Ah, Petrus genau, der ist zuständig. Au, aber ich glaube, ich habe das schon lange nicht mehr gespendet beim Petrus. Gucken wir mal. Nachtrag, diese Umtragung hat mir jetzt zwei Flaschen Wasser gekostet. Voll ausgetrunken. Pfff. Ich bin genau das Thema, ob die jetzt hier nach Kies suchen oder nach dem berühmten Rheingold. Untertitelung des ZDF, 2020 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 gleich drei stück auf einmal ein richtiges Rudel bei drei schiffen hintereinander werden gar die schwäne neugierig und schauen was da los ist eine seltenheit zu sein jetzt kommen die wälder ja mal genießen hier mal kurz freie blick auf die berge haben sie sehen wir hinter den bäumen und da sieht man sie doch glatt mal die nächsten schiffe je später es wird desto mehr kommen jetzt ist eine uhrzeit überrascht worden wir haben 18 uhr 13 so allmählich muss ich gucken überlegen wo ich übernachte ja so früh am paddeln habe gar nicht mal auf die uhr geschaut deutschland sieht ja verlockender aus französische kann man nur falls auf dem steig am teich schlafen hier schauen wir uns unser nachtlager auf wir haben eine schöne treppe zum aussteigen und auch vorne gehen wir steine weiter ins wasser nicht gleich so steil weil auf den nächsten zehn kilometer wird sich nicht viel ändern weil wir zum nächsten wer kommt so schnell nicht passt schon bis zum nächsten Mal So, auf geht's, ein neuer Tag, schauen wir mal, was wir heute runterkommen, haben gar nicht geschaut, was das nächste eigentlich kommt, schauen wir mal. Auf geht's, so vom Gefühl von der Strömung her, du musst eigentlich zur nächsten Schleuse nicht mehr weit sein. Heute geht's jetzt ziemlich zäh, ein guter Gegenwind, aber wird schon. Zum Glück habe ich bei mir angefangen in der Früh, das wäre eine Bescherung gewesen. Wenn auf einmal der Bagger vor dem Zelt steht. Ja, das wird richtig anstrengend, kommen wir kaum vom Fleck bei dem Gegenwind. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 so einen Trimaran. Diese Rampen hier, die man regelmäßig hat, sind natürlich NATO-Panzerrampen. Falls man mal kurz rüber muss. Das heißt, ich muss mehr vorhin. Sieht so aus. Jetzt setzt hier einen Abzweig in die Auenwälder rein. Aber jetzt mit einer vollgeladenen Sea-Wave ist es vielleicht nicht so optimal, da rumzugurken. Da innen drin. Diese Auenwälder vom Rhein, die muss ich mal extra machen. Das hat so keinen Sinn. Mit Plan ein bisschen. Man weiß, wo man fährt eigenermaßen. Und ob man sich erkundigt, wo man fahren darf, sind auch andere. Jetzt mal so einen Blick in so einen Seitenarm. und ich fahre jetzt da ein bisschen in den Bäumen rein, in den Schatten. Pause beendet, wieder erfrischt, ein bisschen geschlafen kurz und bei Kilometer 380 soll es einen guten Lagerplatz geben. So ein inoffizielles Wildcamping ist das, wenn ich es richtig mitbekommen habe. So eine alte Ziegelei. Ich habe nur keine Ahnung, welchen Kilometer Teil wir eigentlich sind. Schauen wir mal. Ups. So 380 hat er gesagt. Das ist schon doch mal eine ganz schöne Hausnummer. Um den Lagerplatz zu schaffen. Na ja, schauen wir mal. Hat jetzt eine gute Strömung. Das ist ja einer dieser Seitenarme, die es da hat. Ja, mal so einen Blick voraus. Da sind sehr lange Buhnen drin. Ja, zwischen den Buhnen bleibt so ein Kiesstrand gebildet. Und der Rhein ist ja sozusagen auch relativ schmal. Vielleicht in manchen anderen Abschnitten. Also das schiffbare Stück. Das ist ja auch hier ein Blick in den Auenwald rein. Hier so eine Fähre, die es ein paar Kilometer hat. Und dann eine Brücke, wenn es dann mit der Fähre erledigt. Das ist eine Einladung hier. Wir sehen uns gerne eine Panzerbucht zum Anlegen. Da schnall ich mir jetzt ein Cappuccino. Das ist ja auch hier. Das ist ja auch hier. Das ist ja auch hier. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Den Altrhein da, ich meine, irgendwann mal separat. Das muss echt schön sein, da hinten drin. Angekommen bei Kilometer 380. Ich habe es geschafft. Der Reinhard hat es nicht geglaubt, dass ich es schaffe. Stimmt. Aber es hat mich natürlich äußerst motiviert. Okay. Und heute erhält man Topf. Im wahrsten Sinne des Wortes die Feuertaufe. Das ist Premiere. Jetzt sind wir vom ersten Faunenschrei geweckt worden. Das reicht. Allmählich sind unsere Boote fertig bepackt. Und jetzt kriegt man nur das Kunststück, die Boote hier die steile Böschung runter zu kriegen. Über die Steine drüber. Und dann müssen wir die Holländer auf der anderen Seite abholen. Belgier. Äh, Belgier. So, jetzt haben wir den Rhein gequert. Und jetzt holen wir die Belgier ab. So, ganz eilig haue ich die Polizei. Mein Apparat hat etwas arg lange Fremdweißen. So, da drüben haben wir den Lagerplatz. Links von der Ziegelei. Bitte? Ja, ja. Die Ziegelei-Museum. Da hat es auch eine Wirtschaft. Die ganze Ziegelei-Museum mit dem Lagerplatz. Ja. So, jetzt sind wir startklar. Ja. Und jetzt dann, ich schätze mal, allzlang wird es nicht funktionieren. Wir sind mit ihren Festbooten doch etwas schneller als ich. Dann treffen wir uns dann bei Mannheim. Wenn wir uns verlieren. Wenn wir uns verlieren. Und jetzt fahren wir erstmal in den Alt-Rhein rein. Dass ich auch mal wieder was sehe vom Alt-Rhein. Ja. 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 So, jetzt wird es psychologisch. Das war es nicht, dass wir es geplant haben eigentlich. Aber die Bälger wollen jetzt da lang. Da kommt eine Stelle, das kann ich am Satellit nicht so ganz erkennen. Das könnte eine Stromschnelle sein oder auch nur Ende. Aber mit niedrigem Bewuchs werden. Das wird jetzt interessant. Jetzt beginnt das Abenteuer. Ja. So, das ist hier mal zu viel Abenteuer. Es ist blockiert mit Bäumen. Das geht nicht. Und hier hat es aber Augenwald pur. Noch einen kleinen Versuch ins Alt-Rhein reinzukommen, der gescheitert ist. Jetzt sind wir jetzt wieder zurück am Ausgangspunkt. Da ist die Ziegelei, wo wir übernachtet haben. Und auf geht es den Rhein hinunter. So, da drüben auf der linken Seite hat es auch wieder so einen Weg ins Alt-Wasser rein. Aber was wahrscheinlich auch nicht durchgängig ist, wenn mit mehreren Umtragungen. Aber das müsste ich mal genau studieren, mal vorher auf der Karte. Wie es eigentlich so ausschaut. Hier, jetzt ein bisschen besseren Blick da rein. Ein bisschen weiter. Spannend, ich gräbe genau quer auf der Boje zu. Jö, bin gar dabei. Nelbog. here, Jahr. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist ein paar Mal in den Philipsburger Altrhein hinein und da kommt uns dann gleich das Atomkraftwerk, das man vorher schon ein Foto gesehen hat, wo man vor ein paar Wochen die beiden Kühltürme gleichzeitig hochgejagt hat. Gesprengt! Wuff! Au! Wuff! Das haben wir gesagt. Oh! Schöne Bilder im Fernsehen! Ah ja! Das ist ein Atomkraftwerk Philipsburg, was nicht nur Betrieb ist und die schöne Kulisse, die Kühltürme, die sind schon weggesprengt. Die haben wir gleichzeitig entfernt. Jetzt noch einen kleinen Schwenk in den Altrhein hinein und da sieht man meine Mitpattler. Oh! Da kommt er! Oh! Der Reihe bewegt sich tatsächlich, habe ich richtig gesehen. Oh! 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 Ja! Und der Reihe war, er hat nicht immer von eigener Strukturen, das kann ich nicht gut brauchen. Ja! Du hast gespäst und mehr haben Sie nicht gesagt. Was war jetzt? Und der Rückkehr? Du hast mich einfach zu? Das muss eine Kanada-Gänse sein. Okay, wir haben uns anders entschieden, weil da hat schon wieder so ein paar Hau drin. Da wird kein Durchkommen sein. Das sieht schlecht aus. Schauen wir mal, ob der nächste Altarm fahrbar ist. Jetzt sind wir wieder fast zurück in der Gänse-Kolonie. Ich habe das gar nicht bemerkt. Die haben einen Küken. Jetzt haben sie sich wieder versteckt. So war's. Komm, zeigt mal euren Nachwuchs. Komm, da hinten ein bisschen. � Erduber, der der Gänse-Kolonie. Sie hat ja wohl alles geschafft. Die Menschen sind repräsentiert. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Das ist vermutlich jetzt ein Blick, wo der Altrein wieder rauskommt. Wenn der Philipsburger Altrein rauskommt, könnte aber auch nur eine Bucht sein, keine Ahnung. Ist eine Ringelnatter, gell? In der Größe ist ja nichts anders sein. Ja, und ich habe vor ein paar Tagen am Bootshaus habe ich einen Rasen gemäht und da schlängelte sich was weg. Ist nicht unter dem Meer gekommen. So, unsere Pause ist beendet. Haben sogar noch eine Ringelnatter gesehen beim Einstieg. Die Pause war in Rheinhausen. Da waren wir bei der Meskerei und Bäckerei und haben uns wieder versorgt für die nächsten Tage. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir an die Belgier rankommen. Die große Bucht liegt genau gegenüber von Rheinhausen. So, da vorne habe ich einen ersten Blick auf den Dom von Speyer. Ein schönes Teil. Ich bin nicht etwas. Ich bin etwas gelinger, aber es ist ein schönes Teil! Nein, leider sind nicht nur ein bisschen hier. Und es ist so gut. Es ist so gut. Ich bin es zu viel. Das ist so, ich bin es zu viel. Es wird es so gut. Es tut mir, was geometry. Es tut mir so gut. Ich bin es nicht so gut. Es tut mir de하면서. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich glaube, wir müssen Gas geben, der kommt ziemlich flott von hinten an. Ja, Achtung, schnell auf den Endappadler, wir werden weggerammt. Ja, Achtung, schnell auf den Endappadler, wir werden weggeräumt, wir werden weggeräumt, wir werden weggeräumt. Ja, da haben wir wieder einen Haufen Kanada Gänse auf der Bank. Ja, Achtung, schnell auf den Weggeräumt, wir werden weggeräumt, wir werden weggeräumt. Ich bin bei meinem Lieblingsthema, zu viel Natur. Das mache ich ja gar nicht. Also Natur ist schön und gut, aber die muss gepflegt sein. Das geht gar nicht. Ja, tue ich ja. Einfach so ein Baumfachau hier rein machen. Das geht ja gar nicht. Machen wir mal die Claudia oder Claudette? Claudine zwängt sich, sie hat durchzuzwängen, aber sie muss wohl doch aussteigen. Das finde ich jetzt gar nicht lustig, dass sie da nicht durchkommen. Jetzt muss ich da aussteigen. Letzten Sonntag hatte ich eine Handsäge und eine Motorsäge dabei. Weißt du, das Spiel. Und dann aus Frust, mittendurch, nicht an der Seite. Nee, da wusste ich, mein Verein fährt da auf einem kleinen Bach von der Schwäbischen Alb runter. Der kommt aus Richtung Gräutlingen, der Bach, und mündet dann irgendwo in die Donau bei uns, in Siegdorf. Und ich wusste, da gibt es eine Strecke, da haben mal irgendwelche Naturfreunde gesagt, wir machen ein ökologisches Projekt. Wir haben jede Menge Bäume umgemacht und quer übers Wasser gelegt. Und die Bäume sind aber zum Glück inzwischen alle so, dass man durchkommt. Ups, okay. Vielleicht habe ich Glück, ich bin als letztes dran. Der Weg wurde etwas freigeräumt. Schauen wir mal, ob ich meinen fetten Bock da durchkriege. Hier ist schon ordentlich gesägt worden. Oh, es geht. Ich steige nicht aus. Juhu. Der Bock ist fast schon frei. Jetzt muss ich mit dem Rudern gehen. Hurra, geschafft. Das Übermaß an der Tour habe ich geil noch so geschafft, ohne auszusteigen. Da ging es durch. Aber auch nur, weil schon jemand fleißig mal gesägt hat. Das übersteht. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. So, hier ist ein richtig kleinen Hafen und da vorne hatte ich schon gerade der Rhein angekündigt, ein Motorboot durchgeflitzt, da ist dann das Ende der Schleife. Hier ist ein Rhein-Rhein, aber wie es ausschaut, hat es hier dann nochmal ein großes Stück, wo man reinfahren kann, aber ich kann es kaum motivieren, die anderen da reinzufahren. Na, macht nichts, muss ich noch was aufheben. Keine Ahnung, was hinter es da geht, aber wenn ich das Glück habe, gibt es hier eh was viel was Besseres hier drüben. Vielleicht gibt es hier einen Cappuccino. Das ist eine große Rampe, schauen wir mal, was es da hat. Jetzt haben wir gedacht, wir könnten hier unsere Wasserfeuerräte diskret auffüllen, aber beim WSV hat es halt keinen Außenwasserhahn, wo man sich bedienen könnte. WSV hat es halt keinen Außenwasserhahn, wo man sich bedienen könnte. Das ist ab in den Hafen und in das Altwasser da hinten rein, da soll es Gerüchten zufolge einen guten Cappuccino geben. In zweit nichts, aber irgendwo soll da was sein. Ups, ich schreibe scharf. Hier vorne geht jetzt die Bucht in zwei Armespalten, linken, kleinen und einen rechten, großen. Könnte auch eine Insel sein, keine Ahnung. Auf jeden Fall, der Weg zum Cappuccino, beziehungsweise haben wir so ein Bier geeinigt, ist doch ganz schön weit. Wagenhaft. Jetzt habe ich hier schon die zweite Sea-Welf getroffen. Hier hat es ein Nest. So, die Pause beendet. Eine interessante Pause, kommst nie auf die Idee und tust beim Griechen einen selbst mitgebrachten Holunderbeersaft ins Bier schütten, also wirklich Holunderbeersaft, ohne Zusätze, böser Fehler. Wieder zurück im Rhein und schauen wir mal, wie weit wir noch kommen. Da sind wir so ein bisschen uneins, wie weit es heute geht. Ja. Das wäre nicht schlecht. Also, mir wird es gefallen. Mir wird es gefallen. Ja. Das wäre nicht schlecht. Das wäre nicht schön. Hier ist ja auch so ein bisschen schütze. Was. Ja. 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 Und jetzt. Ja. Ja. Nein. Ja. 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 So, hier haben wir mal ein Stück Mannheimer Industrieromantik. Also, ich bin jetzt nicht bei der Ruhrtour, da haben wir sowas ähnliches gehabt am letzten Tag. Das ist Mannheim. Den sollte ich daheim unbedingt mal aufs Blach hinlegen oder über eine Mulde und dann mit dem Hammer von innen nach Hause flachen. Ja, nicht ganz perfekt das Ganze. Ich sage nicht, mach noch welche, sondern ich sage, wenn du schöne Bilder von dieser Seite hast. Habe ich gemacht. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Links und rechts steile Mauern. Wenn da Schiffe kommen, dann prallen die Wellen schön zurück. Und wie versprochen vom Reinhardt, ein richtig schöner Wind drin. Das wird spaßig. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das hier, was hier reinkommt, ist auch ein großer Fluss. Das ist der Neckar. Das ist ja so, wie oft so. Es hat sich zwei große Flüsse und es hat eigentlich gar nichts. Ich wusste, bei Rhein und Mosel, da hat er ordentlich was. Hier sehen wir noch ein bisschen Blick in die Neckar hinter. Ein paar Kränchen und da eine große Bogenbrücke. Das ist ja so, wie oft so. Und das ist ja so, wie oft so. Und das ist ja so, wie oft so. So, da werden gerade neue Anlegestellen errichtet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hier neben der Panzerrampe, da geht so ein Entsorgungsbach lang, sieht hier noch relativ harmlos aus. Auf der anderen Seite sieht man erst, wie viel Wasser da eigentlich durchschießt und so richtig schwarzes Wasser, wenn man es da so sieht, die Abgrenzung beim Reinen dann. Ich muss schon sagen, dieser Tag steht ganz im Kampf gegen den Westwind, der gibt nicht nach, auch nach dem Mannheimer Hafen nicht. Gast in Neuenstein haben wir uns getränkmäßig gestärkt. Wir haben uns heute wohl voll überrascht, die Küche war noch so kalt, es gab nicht immer einen Eiskaffee oder Cappuccino, aber immerhin ein Spezi und ein Bier. Das ist der erste Blick auf Worms. Das war's. Das war's. Das war's. Ich bin frohs. Das war's. Wir haben uns einen guten Tag über applicants. Ich beg foarte, ganz ehrlich. Vielen Dank. Vielen Dank. Pause und Mittagsschlaf beendet und weiter geht's. Hier haben wir das nächste Atomkraftwerk. Ja, ich sag nur, hier haben wir das nächste Atomkraftwerk, wo auch bald die Kühltürme hochgehen werden, also gesprengt werden. Genau, wird höchste Zeit, dass ja auch ein Sprengkommando reinkommt und die Dinger da zerbröselt. Die schadeln eh die ganze Landschaft, die hohen Teile da. Vielen Dank. 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 Und schaut schon mal ganz gut aus. Und schaut schon mal ganz gut aus. Was war damals? Wir haben 18.43 Uhr. Es dürfen keine Motorbootwellen mehr kommen. Es ist nicht mehr nötig die Spritzdecke. Es ist nicht mehr nötig die Spritzdecke. Nach dem vielen Lärm auf dem Rhein ist so ein Auenwald schön ruhig. Aber im Rhein ist doch irgendwie ein ganz schönes Getöse. Es fällt uns richtig Eis auf, wenn man hier drin ist. Wie laut es auch im Rhein ist. Allzu leicht, weil sehr viele Wasserpflanzen drin sind. Das war gerade so ein Filz von 60 Zentimeter Länge. Okay. Ja. Okay. Okay. Vielen Dank. Wir haben glaube ich ziemlich niedrig Wasser. Wir haben jetzt die ersten Spuren vom Biber. Der vermutlich hier auch die anderen Bäume umgelegt hat, die an der Seite sind. Und hier ist auch die Situation, man hört was trommeln. Okay, das war ein Hohler. Es sah sehr aus wie ein Kanu-Club, aber da hat es nichts. So, seit der Brücke darf man scheinbar mit Motorbooten fahren, weil die helfen hier zu einer zweiten, da liegen Motorboote. Wenn wir gerade fahren haben, von unten darf man rein fahren bis hierher. Das war's. Danke. Dентиen. So, auf geht's, heute ist der letzte Tag der Reise. Jetzt geht's nach Mainz und da wird dann endgültig ausgebotet. Und der Reinhard hat uns angeboten, mich zum Mainzer Hauptbahnhof zu fahren. Da muss ich mich nicht da hinlaufen. Ganz praktisch. So, wieder drin im Wasser. Jetzt geht's dann wieder raus aus. In den ehemaligen Hauptarm vom Rhein und dann noch bis nach Mainz. Das dauert aber gute 40 Kilometer. Das nennt man ein gut abgesichertes Bootsteg. Mit NATO, Stacheldrahtzaun, außenrum, ums Tor. Da, der ist gesichert. In dem Boot ist wahrscheinlich das Rheingold drin versteckt. Das sind Nilgänsenküken. Na ja. Das ist unser Rheingold admiten. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, hier ist meine größere Abzweigung aus dem Kanal, in dem wir gerade erfahren. So eine kleine Seitenbucht. Nur ein paar Inselchen drin. Und den Hafen. Jetzt sind wir drinnen im Rhein. Ich sage euch, wenn man so in den Rheinströmen gewöhnt ist und man so neun Kilometer lang einen Kanal fahren mit null Strömung. Wow, das haut rein. Ja, manchmal fährt man durch 10 Honig. Das Wasser scheint förmlich am Boot oder am Paddel zu kleben. Und man kommt nicht vorwärts. Aber jetzt gibt es wieder Zusatzantrieb. Durch eine Rheinströmung. Auf geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Stimmt ja, ja ist auch leer. Da fahren wir nach der Autobahnbrücke und ein gutes Zeichen, jetzt ist Mainz da nicht mal weit. Da unter der Autobahnbrücke, da lukt Mainz schon durch. Ziemlich heftiger Wind aufgezogen, der bremst ganz gut ab. Immer was interessantes. Schiffsmühle Geisheim. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hier komme ich raus, bei meinem vermutlich nächsten Projekt, den Rhein-Mard-Donner-Kanal fertig zu fahren. Also von der Altbemündung hier her und dann weiter den Rhein hinunter. Und dann noch einen kleinen Blick auf den Dom. Warum waren wir denn da? Ups, böte Wellen. Wie so ausschaut, ist da unsere Anlandestation, wo dann die drei Wöchige, fast drei Wöchige Reise endet? Ups. Ich will die Wellen machen. Jetzt heißt es, das Boot entladen. Ja, ausgerechnet jetzt. Was? Ausgerechnet jetzt. Ne, die sind wohl immer hier. Achso, okay. Bis zum nächsten Mal.